Bei mir ist jetzt Wolfgang Kubicki, Bundesvize-Vorsitzender der FDP. Schönen guten Morgen, Herr Kubicki. 56 Prozent haben zugestimmt der SPD gestern für GroKo-Verhandlungen. Inwiefern glauben Sie, das Zeichen ist stark genug, damit die SPD jetzt auch stark verhandeln kann in den Koalitionsverhandlungen? Zunächst einmal fand ich die Debatte sehr stark. Das Zeichen einer demokratischen Partei aus. Die Tatsache allerdings, dass die gesamte SPD-Führung sich in die Bresche schlagen muss und dann nur 56 Prozent herauskommen, ist ein Zeichen dafür, dass man der Führungsspitze auch nicht mehr so richtig vertraut. Ich glaube nicht, dass das die Position bei Verhandlungen stärkt. Im Gegenteil. Die CSU insbesondere wird keine Veranlassung sehen, der Sozialdemokratie entgegenzukommen. Trotzdem fordert die SPD jetzt Nachverhandlungen, konkret in drei Punkten. Die Union lehnt das ab. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Ist das jetzt ein Spiel, wer zuerst zuckt, verliert oder müssen beide doch aufeinander zugehen? Es ist so, dass ja beide die Sondierungsergebnisse bejubelt haben. Ich kann mich erinnern, dass Martin Schulz gesagt hat, dass er ein hervorragendes Ergebnis hat. Er hat jetzt seiner Partei versprochen, noch mehr herauszuholen. Was merkwürdig ist, denn die Sondierungsgespräche sind hier abgeschlossen worden mit einem Protokoll, das alle unterschrieben haben. Es kann logischerweise in Koalitionsverhandlungen immer noch in Details kleine Veränderungen geben. Aber die wesentlichen Zusagen, die Martin Schulz gestern in seiner Partei gemacht hat, die wird er nicht einhalten können. Oder die Union wird massive Schwierigkeiten bekommen, auch in die eigenen Reihen hinaus. Das ist ja kein Spiel, sondern es geht ja darum, dass man Positionen auch vereinbart, auf deren Grundlage man dann vier Jahre zusammen regieren will. Und das im Nachhinein immer noch verändern zu wollen, wäre kein gutes Zeichen. Ich glaube nicht, dass es viel Bewegung geben wird. Trotzdem, wenn Sie SPD sicherlich durchsetzen wird können bei Ihren Punkten, soll Sie sich dann ein Vorbild an der FDP nehmen, irgendwann aufstehen und sagen, nicht mit uns? Ich gebe keine anderen Parteie Empfehlungen. Das muss jeder selbst entscheiden. Wir haben festgestellt, es passt nicht zusammen. Und dann macht es auch Sinn zu sagen, dann machen wir es eben nicht. Niemand ist verpflichtet, Dinge einzugehen, die er nicht will. Aber hier geht es ja nicht darum, dass es um Dinge geht, die man nicht wollte. Denn das hat man ja unterzeichnet in dem Vertrag. Hier geht es darum, dass die Basis offensichtlich noch was anderes ist als ihre eigene Parteiführung. Das ist ein Problem der SPD intern. Und kann sich auf Koalitionen wenig auswirken. Noch einmal, ich glaube, es wird im Detail vielleicht kleine Veränderungen geben, aber im Grundsatz nicht mehr. Das wird das neue Problem von Martin Schulz werden. Er hat Versprechungen abgegeben, von denen er schon wusste, dass er sie nicht einhalten kann. Und dann schauen wir mal, wie die Basis dann, wie ein Mitgliederentscheid damit umgeht. Ich bin sicher, die Spitze will die Koalition. Martin Schulz will Minister werden, das ist auch in Ordnung so. Aber ich glaube, die Basis wird Schwierigkeiten haben, ein weiteres, erneutes, gebrochenes Versprechen zu akzeptieren. Ich höre schon, Sie sehen das also sehr skeptisch. Sagen wir mal, die Basis sagt ganz am Ende nein. Dann stehen wir wieder ohne Regierung da. Was ist, wenn die FDP doch noch mal über eine Neuauflage, über einen Neustart für Jamaika nachdenkt? Ja, wir denken ja über eine Neuauflage, einen Neustart von Jamaika nach. Allerdings nicht ohne Neuwahlen. Denn es ist klar, dass jetzt die Bürgerinnen und Bürger, wenn wir feststellen, es klappt auch mit der Großen Koalition nicht, ein neues Votum abgeben müssen. Denn da hat sich Bundeskanzlerin Merkel das zweite Mal blamiert. Denn es gelingt Ihnen ja nicht, eine Koalition herbeizuführen. Wenn wir andere Personen haben beim Diskutieren, beim Ausloten, wenn wir ein neues Votum haben, können wir das machen. Es macht aber keinen Sinn, sich mit den gleichen Personen an den gleichen Tisch noch mal zu setzen, an dem wir viereinhalb Wochen gesessen haben und dann wieder festzustellen, nach weiteren vier Wochen, wir kommen nicht zusammen, dann soll der Wähler an euch sprechen. Wir müssen auch keine Angst vor Neuwahlen haben. Die Menschen sind reif genug, auch eigene Entscheidungen zu treffen nach dem, was sie gesehen haben. Und dann haben wir ein neues Spiel, ein neues Glück. Wolfgang Kubicki, vielen Dank soweit und damit zurück zu euch ins Studio.